Der neue S-Pass kann mit einer adaptiven Geschwindigkeitsregelung ausgestattet sein. Dieser wird mittels eines Schalters in der Mittelkonsole eingeschaltet. Eine grüne Kontrolllampe und die Meldung Adaptive Regelung in der Instrumententafel zeigen an, dass die Funktion aktiv ist. Der Tempomat mit Abstandsregelung hält eine gewählte Geschwindigkeit und gleichzeitig einen sicheren Abstand zu dem in derselben Fahrspur vorausfahrenden Fahrzeug. Zur Abstandsregelung wird die Betriebsbremse mit bis zu einem Drittel der Bremsleistung eingesetzt. In Ausnahmefällen kann es jedoch erforderlich sein, dass der Fahrer zusätzlich bremsen muss. Wie üblich kann der Tempomat mit den entsprechenden Tasten am Lenkrad bedient werden.